Und äh, dann hat Michael das über Björn Schütte, äh, bestellt. Und der hat, äh, die hat für 15 Euro irgendwas verkauft. Quadratmeter. Also der hat das auch über, über die Brücke gestellt. Ah, von hinten kommen sie. Kannst du mal sehen, was das für eine Marge auf so'n Scheiß ist, ne? Hm. Ich hab nur noch zwei Schuss. Deck mich. Ich glaube, ich geh erstmal weg. Loll. Scheiße, ich glaub, das war keiner, ne? Ich glaub, wir haben wieder auf Tiel gestorben. Das waren fünf. Ja, der in seinem Fails-Shirt, der macht mich ja fertig, ey. Der könnte oben sein, ne? Pass auf. Hier, mein ich doch. Wir haben Bravo verloren. Aufklebung. Ja, da steht noch einer. Mann! Nein, ey! Ah, lol. Das ist für eine ganz bittere Runde hier. Missionszeit abgelaufen. Spionage-Abwehrflugzeug verlässt das Einsatzgebiet. Ooooooh. Spionage-Flugzeug hat keinen Treibstoff mehr. Kehr zur Basis zurück. Feindliche Spionage-Flugzeug im Anschluss. Äh, was? Hab ich hier... ...ne schlechte Verbindung gerade, oder was? Ich fühl meine Schüttel hier nicht hoch. Ich kann machen, was ich will gerade. Telefon-Smith-Listener sein. Jo, ist doch mal was. La, 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 la. Ah, nachgeladen. Schön. Wir erobern Beat. NAAA-TÜR-LICH! NAA-TÜR-LICH! Also ich kann laufen, solange ich will, ne? Da dummst mich immer einer an den Hintern. Oh Mann! Dämlicher Arsch! Links kommt auf jeden Fall einer. Ne, ist er auch immer noch. Zwei. Okay, den hab ich. Den hab ich auch. Ist noch einer drin? Ja, soll. Scheiße, ey! Von 6-4 auf 6-12. Hm. Was läuft bei mir? Wir verlieren B! Und der Typ mit dem Atlanta-Face-Shirt da ist der, ne? Der geht nicht da unten. Hm. Du da unten. Ich höre dann auch. Wir nehmen Bravo ein. 19-8. 19-8. 20-7. Der planeh nutzt dig nicht. ekerPUfer 3 Zeitwechse... ... ... Noch einer im Fenster. Wo kommst du denn schon wieder her? Nein, 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 weg, 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 weg. Ja, oben an der Dribbel, der aimt nach A ab. Ah, der steht bei uns auf dem Balkon. Auch schön. Der Länderfelstyp steht 11-1 gegen mich. Feindliche Luftkontrollen im Anflug. Wir nehmen Bravo ein. Feindliche Spionageflugzeugen raus in Position. Jetzt hab ich ihn erwischt. Bravo wird gesichert. Wir verlieren. Feindlicher Helikopterschütze, geht die Position. Alle Positionen abgesichert. Verschaffbar und bezeichnet sie. Ich mach den mal eben weg, ne? Mach das mal. Wir bleiben hier auf Alkohlsvektor. Mach diese Alkohlsvektor. Feindliche Luftkontrollen im Anflug. Feindliche Luftkontrollen im Anflug. Feindliche Luftkontrollen im Anflug. Auf dem Anflug. Auf dem Anflug. Feindliche Luftkontrollen im Anflug. Auf dem Anflug. Auf dem Anflug. Auf dem Anflug. Oh lol. Irgendwas schließe ich da jetzt ab. Schossi lol. Auf dem Anflug. Auf dem Anflug. Auf dem Anflug. Euer Richtmikrofon wurde zerstört. Wir fliegen nur noch auf Reserve. Spionageflugzeug zu BASIS zurück. Spionageflugzeug zu BASIS zurück. Spionageflugzeug zu BASIS zurück. Da sollte man nicht unbedingt reinrennen, glaub ich. Nein, Mann. Ich muss mich nicht. Fuck, wieso kommst du mit von hinten, ey. Wir verlieren den Vorteil. B wird gesichert. Jetzt kommt's drauf an. Keine weitere Chance. Tja, das Thema ist durch, willst du? Meinst du? Ja. Denk ich doch. Jo, zwar jetzt. So, wenn der Lender-Face-Zug noch mal irgendwelche an der Fritz gelaufen hat. Ja, ich bin nicht mehr, das war's. Ich bin nicht mehr, wie ein Blast-Sug noch mal darf. Ja, ich bin nicht mehr... Ja, ich bin nicht mehr...